So meine Herren und Damen, servus und herzlich willkommen bei Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, wir sind von den Shadows aufgerieben worden. Die haben uns hier fast alle ausgerottet. Die einzigen zwei, die noch hier sind, das sind ich und Ghost. Wir sind quasi die letzten, die noch übrig sind. Ich hab keine Flasche dabei, fuck it. Wasche. Gut für eine Ablenkung. Moment. Was ist denn Teufel? Schau dir nach, was da los ist. Wasche geworfen. Hat super funktioniert. Sag ich doch. Hör auf mich und du lernst vielleicht was dazu. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Ja. Was zum Teufel. Alles ruhig. Oh. Eine Marsefalle müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag, aber es wird genügen. Damit kann ich arbeiten. Gar. Ist nichts. Auto. Auto. Paraffin. Also Wachs. Richtig cool, diese Mission. Was zur Hölle. Mögliche Bedrohung. Alles sicher hier. Scheiße, was soll das? Was? Alles verrechnen? Ja. Alles sicher. Alles sicher. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Hm. Okay. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Alles ruhig. Alles ruhig. Was zum Teufel war. Das ist praktisch. Wer sucht, der findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Kann ich schon was bauen? Eine Mine. Was ist dein Herz? Ein kaltes. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Was haben wir hier? Wunderbar. Was zum Teufel? Ich seh mal nach. Alter. Ja, da muss ich eigentlich direkt zwei bauen. Wunderbar. Dann mach mal zwei. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oder? Das ist die Reposition. Alter. Erich? Kannst du mich hören? Was gefunden? Kannst du mich hören? Ghost, fehlt dir ein Messer? Mehrere. Da habe ich eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist ja lange gekommen. Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Ich bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht dem geringsten. Hast immer noch viel Boden... Nice! Wir haben eine Waffe. Ist gekauft. Ähm... Muss ich hier lang? Nein. Ja. 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 Okay, da ist alles gut. Schauen, vielleicht findet man noch so einen Stin hier irgendwo. Von dem Ghost, die er gesprochen hat. Vielleicht findet man hier noch so etwas irgendwo. Aber es sieht nicht danach aus, dass hier irgendwo noch ein Stin rumsteht. Aber vielleicht auch auf dem Weg zu Ghost. Mal gucken, vielleicht ist da doch noch irgendwo ein Koffer. Schiff, wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Verwisch deine Spuren. Der Rinner war auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Du magst mich also doch. Ich mag dich lebendig. Wir brauchen Metall. Ich mag hier rein. Oh, wow. Da war eine Flie... What? Okay. Dann müssen wir hier vorsichtig sein. Werdet es. Machen Sie das so. Okay. Komm, 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 komm. Ich geh rein. Jack, nimm was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Ei. Da sag ich nicht rein. Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Selb. Hab ein Stolperdraht an deiner Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Katze, Johnny. Johnny. Graves legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Graves ist involviert. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Das stimmt. Wer suchet, der findet. Ich hab Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? So zu sagen. Behalt es am besten. Alter. Alter. Ich hätte dir gerne geholfen, Kollege. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Guten Morgen, Mexiko. Oh. Jetzt geht's auch wieder schneller. Nice. Ich bin im Café. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen. Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das wird zweifle ich. Ja, das ist halt eher. Ich glaub, man kennt sein Gesicht nicht zu 100%. Zumindest könnte ich mich nicht dran erinnern. Ja, wie soll ich da runterkommen? Jawohl, wir können ja auch wieder zurücklatschen. So ist das nicht. Oh. Könnte ich gebrauchen. Alter Schwede. Könnte ich gebrauchen. Jeder von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Roger. Bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny. Jetzt geht's. Greif mal an. Mann. Der ist erledigt. Fuck. Kannst du mich hören? Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Wo kam denn der her? Ja, ich muss direkt weg. Könnte ich gebrauchen. Einer von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Bin unterwegs. Kampf noch mal. Er ist am Boden. Ja, leck mich aber Arsch. Schlecht gebrauchen. Einer von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Roger. Bin unterwegs. Es geht los. Wo kam denn der denn her? Kann ich gebrauchen. Er hat nichts mehr. Kann ich gebrauchen. Einer von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Roger. Bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny. Die Stadt ist voller Tunnel. Heilige Scheiße. Genau hier. Genau hier. Greif mal. Kann ich gebrauchen. Einer von 1 für 1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links. Ich durchsuche die Gasse. Roger. Bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny. Die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung. Der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Ah, Mann. Achtung. Der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Was zum Teufel war das? Oh, Mann. Ah, Mann. Er ist erledigt. Ah, Mann. Er hat es. Der Abschnitt ist wirklich übel. Oh, Mann. Mann. Der ist erledigt. Ah, das kotzt mich an. Das ist doch übel. Was zum Teufel? Ach, deine Mutter. Was zum Teufel ist. Hier ist ein Boden. Wir haben einen Toten. Das ist Quentin. Du bist hier irgendwo halb ich rein, was zum Teufel war das? Ach Gott, sieh Halle, fix da. Ach, das kotzt mich langsam an, Alter. Ach, deine Mutter. Ach, deine Mutter. Ach, deine Mutter. Ich wollte doch nur die Bombe haben, ihr Arschlöcher. Ach, deine Mutter. Das ist Shane. Ja wer denn nun? Komm. Komm. Ja. 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 Was zum Teufel war das? Seine Mutter, Alter. 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 Seine Mutter, Alter.